Dass die Sicherheit für uns so wichtig ist, haben wir schon auch dadurch jetzt einfach festgelegt, dass man, um in den AKC aufgenommen zu werden, muss man beim AKC Safety Update mitmachen, dass wir einfach wissen, okay, unsere Mitglieder sind da fit und interessieren sich auch dafür. Wir sind hier beim AKC Safety Update 2022. Das ist so mit das jährliche fixe Treffen, um alle Safety Standards bei jedem wieder auf den Punkt zu bringen, auch ein bisschen was weiterzuentwickeln. Und es geht darum, dass man eben als AKClerinnen und AKCler, als Gruppe, auch heute sind Anwärter dabei, dass man einfach schaut, wie kann man mit verschiedenen Situationen umgehen. Es ist kalt! Es ist so süß! Drei, 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 go! Dankeschön! Dankeschön!